Herzlich Willkommen zu diesem speziellen Video. In diesem Video soll es um die Software Act by Dirk Kreuter gehen. Was hat es damit auf sich? Mit der Software Act by Dirk Kreuter gibt dir Dirk eine vollautomatisierte Vertriebssoftware, die deine wiederkehrenden Prozesse, wenn du ein Vertriebler bist, ganz egal ob im Network Marketing oder ein anderer Vertrieb, mit der Software wird dir ermöglicht, wiederkehrende Prozesse vollkommen zu automatisieren. Ich möchte dir in diesem Video einen Einblick in die Software geben. Man sieht es bereits hier, die Autopilot Software für Vertrieb mit System. So steigerst du deinen Gewinn, sparst Zeit und bist deinen Mitbewerbern immer einige Schritte voraus. Das heißt, diesen systematischen Vertrieb, den kannst du komplett automatisieren, wenn du diese Software verwendest. Diese Software sagt dir, wann du welchen Kunden anrufen sollst, welchen Kunden du auf welches Produkt pitchen kannst. Und wir schauen einfach mal direkt in die Software rein und ich zeige dir, dass direkt was möglich ist. Für die schnell Entschlossenen, du kannst dir Act by Dirk Kreuter direkt über den Link unterhalb des Videos sichern. Das ist direkt der erste Link, den ich dir unterhalb des Videos platziert habe. Oder du gehst auf bonuskiste.com. Dann kommst du auf die Verkaufsseite, wo ich gerade eben war und kannst dir nochmal eine zusätzliche Präsentation für die Vertriebssoftware von Dirk Kreuter ansehen und kannst schauen, was es damit auf sich hat. Zusätzlich bekommst du von mir dazu, wenn du dir Act by Dirk Kreuter über den Link unterhalb des Videos sicherst, meine Automatisierungsstrategien. Und hier geht es nicht nur darum, deinen Vertrieb zu automatisieren, sondern immer wiederkehrende Prozesse, die du als Selbstständiger oder Unternehmer manuell machen musst oder jemanden dafür zahlen musst. Mit Automatisierungsstrategien zeige ich dir, wie du diese wiederkehrenden Prozesse vollständig automatisieren kannst. Das stellst du einmal ein, sodass du diese wiederkehrenden Arbeiten nicht ständig machen musst. Kostet normalerweise 497 Euro der Kurs, schenke ich dir allerdings in der Bonuskiste vollkommen kostenlos dazu, wenn du dir Act by Dirk Kreuter über den Link unterhalb des Videos sicherst. Zusätzlich möchte ich dir dazu schenken, was dir vor allem im Vertrieb extrem helfen wird, wenn du auch den Online-Weg gehen möchtest, meinen Videokurs, den Traffic Booster, in dem ich dir zeige, wie du Interessenten extrem günstig einkaufst, indem du Facebook-Werbung und Google Ads verwendest. Ich bin da kein Freund von großer Theorie, sondern zeige dir einfach im Kurs meinen Facebook-Werbeanzeigen-Manager und meinen Google Ads-Account und zeige dir einfach, welche Strategien funktionieren und was nicht funktioniert. Du kannst einfach diese Strategien für dich anwenden, nachmodellieren und so deinen Vertriebserfolg nochmal pushen. Auch dieser Kurs, den gibt es auf Digistore um 197 Euro, den möchte ich dir aber auch in der Bonuskiste kostenlos dazu schenken, wenn du dir Act by Dirk Kreuter über den Link unterhalb des Videos kaufst und wichtig, schick mir danach eine E-Mail an bonus-at-bonus-kiste.com, damit ich weiß, wohin ich dir den Kurs freischalten kann. So sieht die Umgebung aus, wenn du dich direkt in das Programm einloggst. So sieht das aus. Ich habe hier einen Test-Account von Dirk Kreuter zur Verfügung gestellt bekommen und wir werden uns hier einfach jetzt ein bisschen austoben. Ich zeige dir, was hier möglich ist mit dem Programm und was du damit alles automatisieren kannst. So, wir sehen nun jetzt einfach mal die verschiedenen Menüpunkte an, die man hier auf der Seite sieht und ich verrate dir, was damit eben alles möglich ist und dann werden wir ein paar Praxisbeispiele durchmachen, was wir mit Act bei Dirk Kreuter oder eben CRM alles machen können. Hier siehst du direkt, du bekommst hier ein Einführungsvideo bzw. eine ganze Playlist, wo dir alles erklärt wird, wo dir erklärt wird, wie du mit der Software umgehst. Wie gesagt, grundsätzlich ist es so, dass du damit deinen Vertrieb bzw. die Aufgaben, die du im Vertrieb hast, vollkommen automatisierst. Das heißt, du trägst das ein. Die Software sagt dir, wann du wen anzurufen hast, welcher Kunde für welches Produkt gepitcht werden kann und so weiter. So musst du, ja, man kann sagen, selber nicht mehr viel denken, sondern arbeitest einfach das ab und wenn du das im Vertrieb so machst, dann hast du die besten Erfolgschancen. Dann schauen wir direkt rein. Deine Kontakte, hier hast du eben, wie der Name bereits sagt, deine verschiedenen Kontakte drinnen. Kannst dir das Ganze ansehen, kannst dir Kontakte hinzufügen. Dann haben wir hier Gruppen, das heißt, du hast hier verschiedene Gruppen, die du, ja, anlegen kannst. Firmen kannst du hier anlegen, Autohaus Müller, Druckshop 2000, Rosenmüller GmbH und so weiter. Auch das geht hier einen Kalender, in den du direkt deine Termine eintragen kannst. Das heißt, du siehst hier zum Beispiel direkt, 6. Dezember, Systemvertrieb Süddeutschland. Heute ist ja der Termin von Dirks Seminar in Süddeutschland. Aufgabenliste, die haben wir hier direkt, da kannst du deine Aufgaben reinschreiben, kannst dir eine To-Do-List machen. Hier eine Historienliste, das heißt, was ist geändert worden. Hier siehst du bereits, ja, Angelika, Anruf versucht vom Autohaus Müller und so weiter. Verkaufschancen, die hast du hier direkt, das heißt, du siehst hier, extrem geil, bei welchen Kunden du eine, ja, Verkaufschance hast. Du siehst hier die Phase, Lisa Schön zum Beispiel wäre jetzt in der Abschlussphase. Abschlussphase, Tage in der Phase, so viele oder hier, Strom bei den gelben Phase, siehst du hier schon, aktuell bei Mitbewerb zum Beispiel. Das heißt, du hast das hier alles perfekt aufgeschlüsselt. Act Insight, schauen wir hier direkt rein, hier hast du eben einzelne Statistiken und Auswertungen, das heißt, du siehst hier, offene Angebote, geschlossene und verlorene, sodass du immer eine tagesaktuelle Statistik hast, wie es aktuell ja um deinen Vertrieb steht. Act E-Marketing, das Ganze sieht so aus, dann haben wir hier die Funktion Act Connect. Um dir das zu erklären, das würde jetzt den Rahmen sprengen, du siehst hier bereits, mit Act Connect kannst du verschiedene andere Dienste an Act eben anbieten und somit deine Datensätze erweitern und noch genauere Daten für deinen Vertrieb einspielen. Dann gehen wir hier direkt weiter zu den Berichten. Diese siehst du hier, das ist hier Aufgabenliste, Beschreibung, Tätigkeiten aufgelistet nach Kontakt. Hier kannst du direkt suchen, das heißt, du hast hier eine Suchfunktion, du kannst hier zum Beispiel einen Namen eines Kunden eingeben und siehst diese direkt hier, kannst da reingehen und kannst da etwas bearbeiten, wenn du das möchtest. Und dann natürlich hier wieder die Willkommensseite. Jetzt kommen wir zu den Praxisstrategien, die mit Act möglich sind. Das war jetzt hier nur eine kurze Übersicht der verschiedenen Funktionen, der verschiedenen Menüpunkte, die du hier hast. Aber wie arbeitest du mit Act, wenn du im Vertrieb arbeitest? Grundsätzlich ist es so, wie ich bereits am Anfang erwähnt habe, Act sagt dir direkt, was du an welchem Tag wann machen musst. Das heißt, du hast hier eine Aufgabenliste. In diesem Fall habe ich hier noch keine ausgewählt. Ich kann hier sagen, ja, alle Aufgaben, Prioritäten, alle. Da ist natürlich jetzt einiges drinnen. Da ist allerdings alles drinnen. Das ist nicht nur deine Anrufe, sondern eben auch Besprechungen, Erledigungen, Erstgespräche, persönliche Tätigkeiten, alles. Du hast hier ein komplettes Zeitmanagement-Tool in dieser Software enthalten und wenn du im Vertrieb bist, dann werden wir jetzt hier mal ein Praxisbeispiel machen. Zum Beispiel möchtest du alle deine Anrufe erledigen und möchtest alle, ja, nach Priorität, wir rufen nur die A und B Kunden an. Das sind erstmal die wichtigsten und haben die dann direkt hier drinnen. Das heißt, ich kann hier jetzt einfach auf einen Kunden gehen und sehe hier bereits eine Zusammenfassung dieser Kundin. Siehe hier die Telefonnummer, sehe die E-Mail-Adresse und so weiter. Und das habe ich eben hier bei allen Kunden. So, das heißt, wenn ich jetzt hier auf einen Kunden gehe, ich gehe jetzt zum Beispiel auf Hans Zimmer, sehe hier, letzte Ergebnisse. Es ist Termin erhalten. Das ist eben hier schon vordefiniert. Das kann ich eben immer umstellen, je nachdem, wie der aktuelle Status ist. Kann mir hier die Nummer speichern, kann den anrufen und habe hier, wie du hier siehst, verschiedene Reiter, in die du einfach Informationen eintragen kannst, die dir da weiterhelfen. Vor allem, wenn du da mehrere Kunden hast, ist das extrem hilfreich. Das heißt, ich sehe hier, 20.11.2018, Hans Zimmer, ist ein Gespräch geplant, nachfassen, da Vertrag endet. Hier kann ich sagen, okay, Verkaufschancen kann ich machen, wie ich möchte. In diesem Fall habe ich drinnen Rechtsschutz geschlossen, offen ist eine Auslandskrankenversicherung und ein Rechtsschutz inklusive Mietrecht. Das heißt, ich habe hier auch direkt eine Abschlusswahrscheinlichkeit, die berechnet wird, wie viel Ertrag mir das Ganze bringen kann und so weiter. Hier habe ich noch eine Historie, das heißt, in diesem Fall sehe ich hier den Datensatzverwalter. Man kann hier natürlich auch mehrere Benutzer hinzufügen, wenn du zum Beispiel ein Vertriebsteam hast, können alle mit der Software arbeiten. Und man kann hier eben verschiedene Details hinzufügen und dazu schreiben, falls etwas wichtig ist. Man kann Notizen hinzufügen, verschiedene Dokumente, Gruppen, Firmen, Beziehungen, Social Media Updates. Du siehst ja, die Möglichkeiten sind hier quasi unbegrenzt. Das ist hier eben einfach nur ein Beispiel, was du hier alles machen kannst mit der Software. Das heißt, in diesem Fall würde ich den dann anrufen und kann dann hier, wenn der Anruf erfolgreich war, zum Beispiel hier den Status ändern auf qualifiziert weiterverfolgen, zum Beispiel. Ich kann hier das Ganze direkt speichern und so kann ich immer meine Kunden, die aktuell anzurufen sind, direkt so abarbeiten. Das hier schaue ich rein, Nils Drucker, welche Verkaufschancen habe ich, wie ist die Abschlusswahrscheinlichkeit, auch nach dieser kann ich dann natürlich sortieren. Das heißt, ich kann sagen, okay, ich möchte als erstes die Kunden anrufen, wo die Abschlusswahrscheinlichkeit am höchsten ist. Aber auch hier die Historien drinnen, Notizen, Dokumente und so weiter. Mit der Software Act bei dir Kräuter hast du dann nicht nur die Möglichkeit, eben diese bereits vorhandenen Ergebnisse einzutragen in die Software und diese einfach zu erfassen. Das können viele andere Software Tools auch. Nein, du hast eben auch die Möglichkeit, hier über die Tätigkeiten, über diesen Reiter direkt zu sehen, was in Zukunft mit der Frau Nora Sender passiert. Das heißt, du hast hier einen zyklischen Pflegeanruf bereits eingeplant. In diesem Fall ist es natürlich ein älteres Datum, weil es sich hier um einen Test-Account handelt. Und am 6.7. bitte Empfehlungen einholen. Und das wird alles vollautomatisch von der Software direkt gemacht, wenn du das Ganze eben einmal einstellst. Und auch hier beim Hans Zimmer sehe ich direkt, das ist der Reifenhändler. Nachfassen, da Vertrag endet. Das ist eben jetzt die nächste Tätigkeit, die ich bei ihm zu machen habe. Und bei Chris Huffmann habe ich am 6.7. eingeplant, einen Ersttermin zu machen. Dann Umsatzrückgang bitte nachfassen, E-Mail beantworten bezüglich Garantien und Tool-Empfehlung MS Teams vorstellen. Zum Beispiel. Das kann ich eben hier dann noch nach Prioritäten sortieren. Die genaue Uhrzeit kann ich hier eingeben. Und so weiter. So, und damit ich da jetzt nicht jedes Mal zum Handy greifen muss, was vor allem bei vielen Kontakten anstrengend sein kann, habe ich hier direkt in der Software die Möglichkeit, den Kontakt anzurufen. Da habe ich hier dieses Symbol. In diesem Fall geht es natürlich nicht, weil es sich hier nur um eine Testumgebung handelt. Kann aber hier in der Software, wenn Sie die Software eben erwerben, den Kontakt direkt anrufen. Es wird hier direkt in der Software ein Fenster aufgemacht. Der Kontakt wird angerufen und es öffnet sich direkt ein Fenster, das dann in die Historie eingetragen wird von dem Kontakt, wo Sie dann zusammenfassend beschreiben können, was in dem Gespräch herausgekommen ist. Ist es ein Abschluss? Ist ein Nachtermin erstellt worden? Ist der Kunde vielleicht qualiziert? Fehlen noch Unterlagen? Je nachdem. All das geht direkt automatisch auf und Sie können das direkt eintragen. So haben Sie bei jedem Telefonat immer die genauen Infos, was bei welchem Telefonat wie ausgemacht worden ist und wie gesagt wurde. So, und jetzt gehen wir einfach mal davon aus, dass der Kunde begeistert ist und Unterlagen zugeschickt bekommen möchte. Und auch das können Sie mit Act by Dirk Kreuter automatisieren. Das geht dann einfach über Text, E-Mail-Nachricht aus Vorlage und ich kann hier jetzt sagen, okay, hier Anschreiben, Angebot zum Beispiel, Angebot Versicherung, Briefanschreiben, Angebot und so weiter. Das heißt, hier sind direkt fertige Vorlagen drinnen, entweder Bedarfsanalyse, Verhandlung und so weiter. In diesem Fall nehme ich jetzt Anschreiben, Angebot Versicherung und das Ganze wird hier direkt erstellt. Der Kundenname wird hier automatisch direkt eingetragen. Es wird die E-Mail-Adresse richtig eingetragen. Ich muss hier nur mehr, ja zum Beispiel einen Betreff einstellen und kann das Ganze einfach direkt wegschicken. Kann hier jetzt sagen, ja, Angebot und kann das Ganze wegschicken und schon ist das Ganze erledigt. Schon hat der Kunde das, was er möchte, in diesem Fall das Angebot oder etwas anderes. Und auch das lässt sich natürlich vollkommen automatisieren, sodass man eben Kunden nach bestimmter Zeit Dankeschreiben schickt oder ähnliches. Und wir sehen direkt automatisch in der Historie, ist diese E-Mail auch hinzugefügt worden. Das heißt, man sieht hier gesendete E-Mail, Subject, Angebot. Das heißt, ich weiß hier genau, auch im Anhang kann ich mir das ansehen, welche E-Mail ich verschickt habe. Ich sehe hier ein Musterangebot. Und nachdem wir ein Angebot verschicken, werden wir natürlich auch gleich einen Anruf planen. Das geht einfach hier, Anruf planen, kann hier sagen, Tätigkeitstyp, Anruf, Besprechung, Erledigung, je nachdem. In diesem Fall möchte ich aber einen Anruf planen und sage, ja, ich möchte die Dame am 13. oder am 14. anrufen um 9 Uhr und plane mir dafür 15 Minuten ein, bzw. den Herrn in dem Fall. Kann auch hier eine Einladungs-E-Mail direkt versenden, einen Betreff eingeben. Das möchte ich allerdings jetzt nicht. Farbe definieren brauche ich jetzt auch nicht. Klicke hier einfach auf OK und das Ganze ist hier wieder geplant. Das heißt, ich habe das jetzt hier drinnen, dass der Kunde dann zu dem Datum, wie ich das festgelegt habe, auch wieder automatisch angerufen wird. Und an dem Tag, am 14., wenn ich reinsehe, sehe ich direkt, okay, der Kunde ist zum Anrufen und kann wieder meine Kundenliste abarbeiten. Ja, ich hoffe, ich konnte dir hier einen kleinen Einblick in das Programm Act bei dir Kräuter geben. Das war natürlich nur ein Auszug der ganzen Funktionen. Du kannst hier einen vollautomatisierten Vertrieb auch mit mehreren Mitarbeitern aufbauen und kannst selbst diese Prozesse weitestgehend komplett automatisieren. Das kannst du eben alles mit dem Account einstellen. Du hast verschiedene Upselling und Crossselling Möglichkeiten, die du nutzen kannst. Du kannst dir die Präsentation über den Link unterhalb des Videos ansehen. Klicke dazu einfach den ersten Link unterhalb des Videos oder gehe auf bonuskiste.com. Dort wird dir alles nochmal ganz genau erklärt, was hier noch zusätzlich alles möglich ist. Ich wollte hier einfach auf die wichtigsten Praxisanwendungen eingehen. Wie gesagt, wenn du dir den Kurs bzw. das Programm über meinen Link kaufst, dann erhältst du von mir zusätzlich dazu meine Automatisierungsstrategien im Wert von 497 Euro, wie ich dir zeige, wie du eben nicht nur wie mit dem Programm Act bei dir Kräuter deinen Vertrieb automatisierst, sondern immer wiederkehrende Prozesse in deinem Unternehmen, die jeder Unternehmer, jeder Selbstständige immer wieder zu machen hat, wie Buchhaltung etc. Das kannst du weitestgehend auch automatisieren, wenn man weiß, wie, wenn man die richtigen Tools dafür hat und wenn man das Ganze richtig angeht. Das zeige ich dir im Kurs Automatisierungsstrategien. Kostet normalerweise 497 Euro. Schenke ich dir in der Bonuskiste allerdings zum Act bei dir Kräuter Programm kostenlos dazu. Zusätzlich bekommst du meinen Videokurs, in dem ich dir, wie bereits erwähnt, zeige, wie du profitable Werbungen auf Facebook und Google schaltest und somit für deinen Vertriebserfolg weitere Leads, weitere Kunden generierst. Kostet normalerweise 197 Euro. Das sind einfach Praxisstrategien, wo ich dir in meinen Accounts zeige, wie ich das Ganze schalte. Klicke dazu einfach den Link unterhalb des Videos oder gehe auf bonuskiste.com slash act, also A-C-T, so wie es hier steht und sichere dir das Programm und schreibe mir danach eine E-Mail an bonus at bonuskiste.com, damit ich dir die Bonuskiste zuschicken kann.